So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Ich muss gleich weg, ich komme abends dann zurück, deswegen muss ich jetzt doch schnell ein Video hinrotzen für 15 Uhr, dass ihr die neuesten aktuellen Pokémon-News habt und meinen Senf dazu. Wir haben nämlich ein vielleicht sehr interessantes Thema, vielleicht auch total überflüssiges Feature. Das sehen wir aber gleich. Da geht es um Freundschaftsanfragen ohne Trainercode heraus aus einer Lobby, aus einer Raid-Lobby. Und macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Für wen ist das? Wer kann das nutzen? Was haltet ihr davon? Aber erstmal für die Leute, die das noch nicht mitgekriegt haben, der Shiggy Community Day Classic wird wiederholt. Wir haben am letzten Wochenende den Shiggy Community Day Classic gehabt. Ne, an dem Wochenende davor, sorry. An dem Wochenende davor hatten wir den Shiggy Community Day Classic. Da gab es Probleme, da konnten viele Leute, die über Trainer-Club angemeldet sind, nicht spielen. Deswegen hat Najendik nun gesagt, es wird ein Entschädigungsevent geben für den Community Day Classic. Und Shiggy wird das dritte Mal einen vollwertigen Community Day bekommen. In der Classic-Variante, wieder mit den Sonnenbrillen-Shiggy aus den Feldforschungsaufgaben. Und das Ganze an diesem Wochenende, schon am Sonntag, wieder von 14 bis 17 Uhr. Das wäre dann mein dritter Shiggy Community Day, den ich dann spiele. Aber ich glaube, weil man Sonntag ja eh nichts anderes zu tun hat. Ich werde Sonntag-Rates für Zuschauer machen, wo man Rigi Illiki noch raiden kann. Oder eben Megalogog, wer das noch braucht. Vielleicht ist Thomas dabei. Wir quasseln ein bisschen. 10 bis 12 Uhr. Und ab 14 Uhr würde ich doch eine Stunde vielleicht spazieren gehen, wie beim letzten Mal. Und dann eben gucken wieder, wie viele Shinies kriege ich in der Stunde. Nimmt man mit, auch wenn es halt schon wieder Shiggy ist. Hier habt ihr nochmal die Grafik dazu. Hier steht auch nochmal alles. Am Sonntag, dem 23. Juli, 14 bis 17 Uhr. Wer also noch Shiggy braucht, wer noch nicht genügend Shinies hat, wer noch bestimmte Ziele hat, wer noch keins mit Sonnenbrille hatte oder wer Probleme hatte mit dem Trainer-Club und sich nicht anmelden konnte, der deswegen da gar nicht mitmachen konnte, kann das jetzt machen. Wer in der Zwischenzeit ein gutes Shiggy bekommen hat oder durchs Tauschen ein Glücks-Shiggy bekommen hat, vielleicht sogar ein Hunderter, kann dann in dem Event-Zeitraum natürlich auch wieder entwickeln, um Tour-Doc mit Aqua-Hobitze zu bekommen. Aus den Feldforschungen gibt es eben das Sonnenbrillen-Shiggy. Und es wird wieder eine Spezialforschung geben, die man für 1 Euro kaufen kann. Der Yannick ist ja schlau. Das ist die Entschädigung. Kauft nochmal alle so ein Ticket. Ja, die Boni bleiben auch gleich, also diese Ei-Brut-Maschinen-Schlüpft-Distanz wird gefördelt. Werdet ihr den C-Day nochmal spielen? Habt ihr den letzten C-Day gespielt? Werdet ihr den jetzt nochmal spielen? Oder sagt ihr, jetzt reicht's, ich hab die Nase voll? Das ist das Thema, das ist abgehakt. Und jetzt kommen wir mal zum anderen Thema. Dafür muss ich erstmal, wo ist es denn hin? Das hier aufmachen und hier mal so ein bisschen die Ansicht wechseln. Denn es ist jetzt ein neues Feature verfügbar. Wenn ihr in euer Menü geht, auf Einstellungen, dann hier bei Allgemeine Einstellungen, seht ihr einen richtig wichtigen Button unter Freundschaftskämpfe zulassen, steht jetzt Erlaube Freundschaftsanfragen von Raid-Mitgliedern. Dies gilt nur für Raids in Person und in der Nähe. Ich pack das jetzt mal hier an. Jetzt ist das also, wenn ihr in einer Raid-Lobby seid. Und in der Nähe sind auch andere Leute, die in die Raid-Lobby gehen. Dann sehen die ja, wer alles in dieser Raid-Lobby ist. Jetzt sieht man da vielleicht mal einen Spieler, den mal interessant findet, wo man sagt, oh guck mal, ein Level 50er. Ich bin noch Level 40. Krass, vielleicht ist er ja öfters hier unterwegs. Ich würde den gern adden, aber ich sehe den gerade nicht. Vielleicht ist er eine Straße weiter oder so. Oder sitzt irgendwo im Café oder macht sonst was. Wie kommt ihr an den Spieler ran? Wahrscheinlich gar nicht. Jetzt hättet ihr die Möglichkeit, auch ohne den Trainer-Code, einfach über die Raid-Lobby demjenigen eine Freundschaftsanfrage zu stellen. Und wenn derjenige dann mitkriegt, okay, das muss ja einer hier sein, der auch in der Nähe ist, kann er euch also annehmen. Kann mit euch dann befreundet sein. Und vielleicht seht ihr euch dann öfters bei Raids oder läuft euch irgendwann mal so über den Weg. Kann ja alles sein. Auf der anderen Seite wäre es natürlich komisch oder kann ich es nicht verstehen, wenn man jetzt halt irgendwo hingeht. Da ist ein Raid. Da ist eine Gruppe von Personen. Man kommt dazu. Man macht gemeinsam den Raid. Da hat man ja sowieso die Möglichkeit zu sagen, ey, spiel dir öfters hier. Ich spiel auch hier. Wollen wir vielleicht befreundet sein? Dann könnten die euch ja ihren Trainer-Code sagen und ihr addet die. Oder wer zu faul ist, diese Zahlen einzugeben, der hat ja normalerweise die Möglichkeit, also wer das nicht weiß, normal hat man beim Profil, guck mal hier schon wieder sieben Freundschaftsanfragen, normal hat man beim Profil, wenn man hier auf hinzufügen geht, steht ja der Trainer-Code. Jetzt, wenn ihr jemanden adden wollt, müsstet ihr diesen Trainer-Code ja eingeben, hier in dieses Schriftfeld. Dann kriegt ihr eine Freundschaftsanfrage. Die Faulen konnten es bisher aber so machen, hier oben rüber wischen auf den Raider QR-Code und damit konntet ihr einen Trainer-Code oder QR-Code von einem anderen einfach das Handy drüber halten, dann wurde der geaddet. Dafür muss man aber selbst den QR-Code zeigen und hier ist dieses weiße Feld, dein QR-Code. Wenn ihr also hier drauf geht, wird das als QR-Code so angezeigt auf eurem Handy. Die anderen nehmen die Ansicht, wo sie den scannen können. Das war auch am Wochenende beim Geburtstag so. Einer hat gesagt, yo, hier will noch jemand befreundet sein. Der hat dann seinen QR-Code so drauf gemacht. Die anderen sind alle hin, auf QR-Code scannen. Der hat sein Handy hingehalten. Alle haben zack, 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 zack. Schon wurden die Freundschaftsanfragen rausgeschickt, weil es standen eh alle beisammen. Jeder hat sich gesehen. Man hat sich dann gekannt. Und das ist eine schnelle, effektive Art, dass einer sein Ding hinhält und alle fummeln dran rum. Das ist cool. Das kann man machen. Das reicht auch so. Jetzt habt ihr aber diese Möglichkeit eben, über die Lobby zu adden. Und da ist für mich halt nochmal auch die Frage, braucht man das? Ist das sinnvoll? Ist das überflüssig? Weil wenn ihr eh vor Ort seid und derjenige eh dort ist, dann könnt ihr ja über Trainer-Code oder eben über den QR-Code adden. Wozu braucht man dann das in der Lobby? Dass man sagt, yo, macht ihr den Raid? Yo, wir auch. Bist du der da? Yo, okay, warte. Ich edit dich mal, dann sind wir danach befreundet. Ciao. Das erleichtert vielleicht vieles. Okay, vielleicht schweißt es auch irgendwo dann zusammen. Ist also ein neues, nettes Feature vielleicht. Ist jetzt vielleicht nicht so extrem notwendig gewesen oder ich erkenne die Notwendigkeit noch nicht. Deswegen frage an euch natürlich, wie findet ihr das, dass man jetzt über die Raid-Lobby Leute adden kann, die auch in der Raid-Lobby sind, wenn die vor Ort mitraiden oder in der Nähe sind? Das heißt, jemand, der eingeladen wurde von jemandem und über einen Fan-Rate-Pass drin ist, der kann wahrscheinlich nicht geedit werden. Also ich könnte jetzt nicht sagen, Leute, ich habe den Schilling in der Liste, ich gehe jetzt da hin, ich lade den ein und wenn der dann in der Lobby ist, zu der ich den eingeladen habe, schickt ihr ihm schnell alle eine Freundschaftsanfrage. Also so läuft das, glaube ich, nicht. Was aber laufen könnte, das ist jetzt wieder für die Spoofer, für die Reisenden, für die Teleportierer, die könnten ja sagen, Digga, ich weiß, dass der Schilling immer im Stadtpark in Wien raidet, ich teleportiere mich jetzt da hin, laufe den ganzen Tag da rum, such ständig Raids, weil ich kenne den Schilling seinen Trainer-Code nicht. Ich weiß nicht, wo ich den finde, ich weiß nicht, ob der Platz hat oder sonst was. Ich will unbedingt den Schilling seine Liste. Ich teleportiere mich also in den Wiener Stadtpark, dann ist mein Account ja vor Ort. Und wenn dann ein Raid ist und ein Raid Lobby und ich gehe da rein und ich sehe, der Schilling ist in dieser Raid Lobby, dann kann ich dem Schilling einfach eine Freundschaftsanfrage schicken über dieses Feature. Und der Schilling denkt dann, ach, wer ist denn das? Der Gunther ist da und hat mich geädetet. Der ist bestimmt da hinten, der an dem Baum. Und dann nimmt er das an vielleicht und dann seid ihr mit dem Schilling befreundet, ohne dass ihr überhaupt seinen Trainer-Code kanntet oder kennt oder wie auch immer. So könnte man auch den Fleece King suchen, so könnte man den Brandon Tent suchen, so könnte man die Sabrina suchen. Also vielleicht ist das ja ein Feature, wie es Reisende schaffen, ihre Pokémon-Trainer-Suche und Sammlung zu erweitern, dass sie sagen, Digga, guck mal, ich hab sie jetzt alle. Der Nächste sagt, Digga, du hast sie nicht mehr alle, oder? Aber du sagst, ich hab sie dann alle, weil du alle, die du cool findest, einfach ausspioniert hast, gestalkt hast, genau weißt, wann die wo, welchen Raid vielleicht mal machen, dahin die Stelle botierst und dann die einfach in deiner Liste hinzufügst. Wenn du Glück hast, nehmen sie an, weil die denken, du bist ein krasser Dude vor Ort. Also, ja. Das klingt sogar irgendwie lustig. Aber ob das Sinn und Zweck sein soll, weiß ich nicht. Soll ja eigentlich sein, wenn man vor Ort ist und zusammen Raid macht, dass man sich etten kann über die Lobby. Aber wenn man zusammen vor Ort ist und ein Raid macht, könnte man sich ja eben auch über den Trainer-Code etten oder eben über diesen QR-Code. Deswegen, schreibt mal rein, was ihr davon haltet. Ist das ein super geniales neues Feature? Ist das komplett sinnlos? Habt ihr das schon genutzt? Werdet ihr das noch nutzen? Oder habt ihr sowieso nichts bei euch? Oder wie auch immer? Keine Ahnung. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Gut, manchmal sehe ich lustige Namen in der Lobby, wo ich auch nicht weiß, wer die sind. Wenn ich die dann etten kann und lustige Namen sammeln kann, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Schreibt mal eure Meinung unten rein. Ciao.